na gut so mein freund da musst du noch ein bisschen warten weil ich Northern Lights oder ChemDoc? Northern Lights habe ich hier ChemDoc? Ne, dann pflanze ich einer Habe ich vielleicht noch eine Hindu, ja eine Hindu Kush habe ich Klimtstme gleich noch eine ChemDoc so Mehl dafür brauche ich Skunk, na die habe ich natürlich gerade nicht, toll Tolllllllllllllllll Hm. Was kann man hier machen? Nee. Da hab ich keine Lust drauf gerade. Hallo. Hallo. Ach komm. Tasse Karte. Nein. Ja. Ach guck mal. Da brauch ich nur Northern Lights und noch eine Hindu Kush. Und dann passt das. Guck mal. Das Geld hab ich schon zusammen. Fehlen nur noch drei Lieferungen bei Rauch auf Rädern. Ja. 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 Ich hab euch nicht so Lust drauf. Okay. Hm. Na gut, das Gang ist ja gleich schon fertig. Da bin ich echt ein bisschen happy, dass das so eine Sorte ist, die sich so schnell dann erledigt. Nein, ich möchte meinen Dünger aufheben. Ah, heiß. Gah. Hm. Hm. Was ist das da eigentlich? Sind das lauter Kartons? Äh, okay. Hm, die Züge fahren irgendwie immer durch. Da bleibt nie einer stehen. Bobby wird niemals abgeholt. Der arme Bobby ständig am warten. So, also ne Cam-Dog. Um das hier abzugeben, brauche ich höchstwahrscheinlich zwei davon. Aber probieren wir es doch mal aus. 18 Blüten habe ich. Okay. Hat natürlich nicht gereicht. Ähm, ich hatte doch noch ne... Ne, das ist ne Haze. Hier pflanzen wir mal ne Northern Lights. Hm. 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 Ja, das Gang kann ich jetzt noch nicht abschneiden, weil ich erst die Cam-Dog brauche. Oh. Krone. Kind. Das.